Seid gegrüßt Gaming Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Willkommen zu einem weiteren Steinkreis und zwar hier das von Osiris. Das befindet sich hier in der Katar Senke. Ziemlich hier in der Wüste irgendwo. Osiris ist von seinem eifersüchtigen Bruder in 14 Stücke geschnitten worden, die er über das ganze Land verstreut hat. Osiris Frau Isis hat alle Teile gesucht und gefunden bis auf eines. Und was ist mit dem fehlenden Stück? Ein Fisch fraß es auf. Es war sein... ähm. Und so ist Osiris wieder auferstanden und wurde zum Herrscher der Unterwelt. Oh. Dann konnte er keine Kinder mehr bekommen? Du wirst viel zu schnell erwachsen. Osiris, der Vater von Göttern. Bruder von Set, der ihn ermordet hat. Man sagt, dass aus Isis Tränen für ihren Mann, der Nil entstanden ist. Der Vater von Göttern. Vielen Dank. Vielen Dank.